Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Jan Gustafsson. Ich bin im Studio mit meinem hochgeschätzten Kollegen, Großmeister Ilja Zaragatzky. Und wir wollen uns dem Thema annehmen, was die Schachwelt im Moment bewegt. Welches Thema ist das, Ilja? Ich nehme an, warum ich nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Für die Olympiade in Tromse kann es etwas anderes geben, das du meinen könntest. Nein, genau das ist das Thema, um das es nicht gehen soll. Es soll nämlich darum gehen, was ist mit Magnus Carlsen los? Er hat zwei Partien in Folge verloren. Zum ersten Mal, dass ihm das passiert, seit dem Jahre 2008. Ich habe vorhin ein bisschen recherchiert, wo er gegen Topalov und dann gegen Ivancuk zweimal nacheinander erwischt wurde. Überhaupt, dass er die letzte Partie, dass er überhaupt eine Partie zuletzt mal verloren hat, das ist auch schon einige Zeit her. Ich kann mich nur ganz dunkel daran erinnern. Ich meine, das war aber im letzten Jahr gegen Wangenhau kann das sein. Korrekt, Norway Chess vor 10, 11, 12 Monaten. Schon eine ganz schön lange Zeit ohne Niederlagen. Genau, und wir werden später zur Ursachenforschung kommen. Ist er zu selbstbewusst geworden, dass er nie verloren hat? Hat seine Sitzhaltung etwas damit zu tun? Haben seine nächtlichen Fernsehgewohnheiten etwas damit zu tun? Wir werden uns all dieser Fragen widmen. Aber zuerst wollen wir einmal zeigen, was ihm zugestoßen ist. Er spielt ja auch gegen keine völligen Patzer, muss man sagen, beim Gashimov Memorial in Aserbaidschan. Seine erste Niederlage stammt aus der Schwarzpartie gegen Fabiano Caruana. Der junge Italo-Amerikaner, ist das der politisch direkte Begriff? Korrekt ist das, ja. Ich glaube, er spielt für Italien, stammt aber ursprünglich aus Brooklyn. Und ist vielleicht neben Magnus Carlsen der Shootingstar, der Schachszene so ein bisschen, ne? Dann wäre er aber eher ein Americano-Italiener, oder? Ein Italo-Amerikaner wäre andersrum. Americano-Italiener klingt falsch. Klingt falsch, ist aber so. Ich glaube, Italo... Bevor wir uns hier in semantischen Diskussionen verstricken, jeder kann es haben, wie er möchte. Auf jeden Fall, er ist in New York, glaube ich, gewonnen und spielt jetzt für Italien. Genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte, fahr fort. Jetzt bin ich völlig raus, was ich sagen wollte. Carlsen spielte wie gewohnt seine Berliner Mauer. Und der Italo-Amerikaner, ist, glaube ich, der korrekte Begriff, Fabiano Caruana, ist einer der wenigen Spieler, die allgemein sehr, sehr prinzipiell sind in der Eröffnung. Er war vor kurzer Zeit auch der Erste, glaube ich, überhaupt, der Levon Aronian im Marshall besiegen konnte. Eine weitere schwer zu knackende Eröffnung. Und er ist einer der wenigen, die auch vor diesem Berliner Endspiel keineswegs zurückscheuen und auch hier regelmäßig mit neuen Ideen am Start sind und dem Schwarzen Probleme stellen. Und genau das hat er in dieser Partie auch gemacht. Und ich meine, Fabiano sei auch einer der wenigen Spieler, die gegen Magnus keinen negativen Score zumindest haben. Kommt das hin? Kann das sein? Ja, nach dieser Partie nicht mehr. Vor der Partie hat er, glaube ich, Caruana zweimal gewonnen und Carlsen dreimal. Aber durch diesen Sieg hat er den Score egalisiert. Also plus minus null jetzt. Ja, also beide haben dreimal gewonnen. Das kannst du in der Pause vielleicht nochmal durchrechnen. Nee, weil plus minus null ist auch genau mein Score gegen Magnus Carlsen. Aus null Partien wahrscheinlich auch, ne? Richtig. Aber gegen Caruana habe ich auch schon mal gespielt. Habe ich das schon mal erzählt? Das ist ja für einen schlechten Großmeister wie mich durchaus ein Erlebnis. Und ich lasse normalerweise keine Möglichkeit aus, um diese Episode meines fragwürdigen Turnierlebens zum Besten zu geben. Und damals hatte der gute Junge noch 2,50. Und wir waren gar nicht weit auseinander entfernt Elo-mäßig, nämlich nur 70 Punkte. Und ich habe es geschafft, ihn mit Schwarz zu überspielen. Er hätte noch Einzug machen müssen und er hat dann nach der Partie gesagt, er hätte sofort aufgegeben. Stattdessen habe ich dann auch noch das Remis aus meinen Fingern slippen lassen. Schon so viele Anglizismen hier. Und dann die Partie verloren. Er hat das Turnier gewonnen und dann in der Folge mehr als 200 Elo-Punkte noch dazu gewonnen. Fast die 2,8 geknackt. Also man kann mit Wok und Recht behaupten, hätte ich diese Partie gewonnen, so wie es eigentlich hätte geschehen müssen, dann wäre ich jetzt an seiner Stelle und würde Magnus Carlsen schlagen. Jetzt, wo du erzählst, kommt mir die Geschichte doch sehr bekannt vor. Wahrscheinlich erzählst du die in jedem zweiten Video. Nee, schon in jedem, ja. Okay. Ich habe auch dreimal gegen Caruana gespielt. Eine gewonnen, zwei verloren. Also er wird, glaube ich, immer besser. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hatte er Magnus Carlsen in dieser Partie sehr gut im Griff. Wir kommen gleich zu der Position, die zu einem Aufschrei in der Schachwelt verursachte. Erstmal muss man sagen, für Schwarz ist ja schon einiges schief gelaufen. Die weißen Figuren stehen eigentlich ideal. Er hat die typische Bauern-Majorität am Königsflügel. Sein Springer steht gut. Der schwarze König hat sich ein bisschen verehrt. Er ist häufig in der Mitte in der Berliner Mauer, aber nach so vielen Zügen möchte Schwarz ihn eigentlich irgendwo sicherer oder ein bisschen aktiver haben, als hier in der Feuerlinie des schwarzen Turms, des weißen Turms. Also Schwarz steht schlecht. Trotzdem kam es, glaube ich, für alle überraschend, dass Carlsen hier nach nur zwölf Sekunden den Zug König nach C8 wählte, was einen nicht so komplizierten taktischen Einschlag zuließ. Was mich sehr überraschte, dass Carlsen diesen taktischen Einschlag tatsächlich dann auch zuließ, weil dieser Einschlag schon mehrere Züge lang in der Luft gehangen hat. Ich greife mal vorweg und sage, den Zug Springer schlägt C7 hier. Ja, habe ich gesehen. Also nicht so sehr gerade wie während der Live-Übertragung von Lawrence mit Peter Swidler bei uns, glaube ich, auf der Seite. Sehr, sehr starkes Koordinator. War es lustig? Oder wenn ich es nicht selber kommentiere? Nicht so lustig wie wir beide, aber es war doch schon ganz interessant. Ja, aber das Interessante an diesem Zug König C8, also an diesem Einsteller auf C7, diese Idee hing schon mehrere Züge in der Luft, ob mit Springer C7 zuerst angefangen oder mit E6. Und aus irgendeinem Grund war Magnus hier ein bisschen zu entspannt und hat das außer Acht gelassen für einen Moment. Und ja, Fabiano Caruana lässt sich natürlich nicht zweimal bitten. Aber wie gesagt, Schwarz stand sowieso schlecht, seine letzte Chance wäre der C6 gewesen, um immerhin den Bauern zu behalten. Auch dann hat Weiß deutlich einen Vorteil, sowohl nach Springer schlägt E7, als auch nach dem Zug wie Springer nach C3. Nebst Springer E4 und der eingangs skizzierte Plan F4, F5. Also, Kasen ist ja schon überspielt worden und das sind auch meist die Situationen, in denen so Fehler passieren. Aber trotzdem, König C8, sehr atypisch. Und nach Springer C7, Turm D8, Springer D5 müssen wir uns den Rest eigentlich gar nicht weiter anschauen. Weiß hat einen Bauernmeer und die bessere Stellung und Caruana verwertet, glaube ich, sicher. Ja. Ne, ich wollte nur kurz, kannst du vielleicht doch mal ganz kurz die König schlägt C7 Variante zeigen? Es gibt eine schöne Variante. Okay. Also, König schlägt C7, E6 natürlich. Der König, ja, nach C8 würde ich nicht empfehlen, wegen E schlägt D7, D8 auch nicht. Geht er nach C6, dann nach E schlägt D7, Turm D8 ist alles gut. Für Schwarz sieht es aus. Aber, statt E schlägt D7, kann man Turm schlägt D7 spielen. Und der Bau auf E6 ist dann leider auch tabu, wegen Turm C7. Und das wollte ich nur kurz gezeigt haben. Ja. Oder dich zeigen lassen. Ne, absolut. Ich freue mich ja immer an schönen Matt Müller und so weiter. Ja, gerne, dafür bin ich ja da. Sehr gut. Sehr schönes Matt Motiv. Aber damit war es für Carlsen der Ärger noch nicht erledigt. Und ich denke, mit Schwarz gegen Caruana, Carlsen wird sich natürlich über jede Niederlage ärgern, aber es war jetzt keine Sensation, dass er die Partie verloren hat. Es folgte allerdings gleich am nächsten Tag die nächste Niederlage gegen Temur Radjabov, diesmal mit Weiß. Radjabov zuletzt nicht besonders aktiv, war natürlich vor nicht allzu langer Zeit auch die Nummer 3,4 der Welt, also weit vorne dabei. Hat aber seitdem sehr viel Elo eingestellt. Zuletzt steht er bei 2,713. Also ich glaube, was ist das, 170 Punkte weniger als Carlsen. Also um die Dimensionen den Zuschauern ein bisschen klar zu machen, das wäre ungefähr so, als würde ich gegen dich verlieren. Und das wäre sowohl eine Riesenüberraschung, als auch sehr, sehr schlimm für dich. Absolut. Man kann natürlich über jedes Detail hier diskutieren. Zum Beispiel wählte Carlsen die königsindische Verteidigung, beziehungsweise Radjabov wählte sie. Carlsen ließ sich darauf ein, was Carlsen so gut wie nie gemacht hat. Ich habe zu dieser Stellung überhaupt nur eine Partie von ihm gefunden in den letzten Jahren. Und hier auch eine Nebenvariante, während Radjabov natürlich ein großer Experte ist für Königsindisch. Er kriegt auch eine sehr vernünftige Stellung. Und statt euch mit der gesamten Partie zu langweilen, zeigen wir, glaube ich, kurz die Momente, wo aus meiner Sicht Carlsen fehlgegriffen hat. Der erste ist schon hier. Soweit, ich denke, Schwarzschild in Ordnung, aber nichts Dramatisches passiert. Der weiße Plan ist Lange Rochade, F3, Sprenger F1 und vielleicht G4 eines Tages. Carlsen macht auch genau das. Jetzt klingelt mein Mobiltelefon, was live on air immer sehr, sehr gut ankommt. Das können wir bestimmt noch nachträglich rausschneiden. Nein, das lassen wir drin. Carlsen zieht den Zug Lange Rochade, der, wie gesagt, Teil des Plans ist. Aber Radjabov reagiert sehr stark mit Springer nach G4. Es greift nicht nur den Bauern F2 an, sondern bereitet auch F6 vor, was wiederum zum Ableben dieses Läufers führen würde. Läufer sind besser als Sprenger, wie Stammgäste dieser Show und meines ertragreichen Schaffens sich ja schon häufiger von mir gehört haben. Und hier sah Carlsen sich gezwungen, du wolltest was sagen, ich rede mehr als Peter Svigler. Ja, nee, doch, ein bisschen wollte ich was sagen. In dieser Stellung mag das vielleicht für einige Zuschauer eine kleine Überraschung sein, wobei alle unsere Zuschauer sind natürlich sehr, sehr starke Schachspieler. Aber für mich ist es auf den ersten Blick keine Überraschung, dass der Weißfeldriegeläufer hier so unentbehrlich sein sollte. Die Stellung ist verriegelt, sie ist geschlossen und der Weißfeldriegeläufer schaut im Moment nur seine eigenen Bauern an, hat keine aktiven Funktionen. Aber die Besonderheit an dieser Stellung ist, dass die Stellung sich früher oder später wahrscheinlich doch öffnen wird. Entweder mit einem schwarzen Hebel C6 oder B5 oder F5 oder nach einem... Mach du ganz viele Pfeile, das machst du gerne. Oder nach einem weißen Hebel G4 oder F4 oder A3, B4. Und sobald sich die Stellung öffnet, dann wird Weiß diesen weißfeldrigen Läufer sehr vermissen. Denn obwohl dieser Läufer im Moment noch keine aktiven Aufgaben hat, wird er die wahrscheinlich dann später übernehmen. Oder zumindest hat er jetzt aber auch wichtige Verteidigungsaufgaben, wie den Bauern auf C4, den Bauern auf E4 in vielen Varianten zu überdecken. Ja, und auch das Feld D3 zum Beispiel. Also der Läufer wird immer vermisst werden in so einer Struktur und Carlsen hat ihn, glaube ich, auch nicht gerne hier aufgegeben. Er hat einfach keine andere Wahl gesehen. Dame E1 ist ein Zug, den man noch hätte machen können, aber ist auch ein bisschen kleinlich. Dann nach F6 muss der Läufer zurück nach D2 und zum Beispiel F5. Das ist nicht schön. Das ist eines Weltmeisters nicht würdig. Also er gab den Läufer auf. Hier steht Schwarz bequem, aber noch nichts Tragisches ist passiert. Der nächste kritische Moment kommt ein paar Züge später aus meiner Sicht hier nach F5. Schwarz hat bequemes Spiel, aber Carlsen wählt hier den Zug E schlägt F5, der strategisch sehr, sehr, sehr gewagt ist. Nach G schlägt F5. Nicht so sehr, weil Läufer schlägt F5 die Dame gewinnt, weil dann Springer E4 noch geht. Genau. Und dann strategisch führe aus. Nach G schlägt F5 liegt später immer der Zug E4 in der Luft, was diesen Läufer sehr kräftig aktivieren könnte. Und auch in Kombination mit A3, was die weiße Königstange vorher schwächt, ist das sehr gefährlich. Es könnte eines Tages auch F4 durchaus eine Option sein, um diesen Läufer zu aktivieren. Ich mache wieder zu viele Pfeile, ne? Na, fangen wir neu an. F4, nebst Läufer F5. Im Moment natürlich noch nicht, wegen Dame schlägt H7. Im Moment wegen Regeln noch nicht möglich, aber diese Möglichkeiten gibt es. Und allgemein strategisch weiß hat das Läuferpaar aufgegeben. Dann könnte man argumentieren, er sollte versuchen, die Stellung geschlossen zu halten. Auf der anderen Seite sieht es so aus, als würde Weiß mit diesem Zug E schlägt F5 nach G schlägt F5 die schwarze Königsstellung ein bisschen gelockert haben. Es ist ja doch ein bisschen luftig um den schwarzen König dort, aber das Problem ist, Weiß kann das nicht so richtig ausnutzen. Und die beiden Bauern im Zentrum, die kontrollieren schon viele wichtige Felder. Ja, der Zug ist natürlich auch nicht völlig abwegig. Er ist einfach strategisch sehr riskant. Carlsen vielleicht in dem Drang, auch schnell wieder eine Partie zu gewinnen nach der Niederlage. Wollte wahrscheinlich jetzt keine geschlossene Stellung, wo Schwarz nichts tun muss, sondern verkompliziert hier weiter. Und er hat eine sehr konkrete Idee. Okay, dazu kommen wir in dieser Stellung. F4 ist durchaus typisch, um schwarze Vormärsche einzudämmen. Es drohte bereits F4 von Schwarz. Genau. Hier gab es schon keinen Weg zurück. Auch der Turm auf H3 würde dann Gangen haben. Ne, das war seine Idee hier. F4. Springer E4, interessanter Zug. Und Carlsen entschließt sich zu schlagen und die Qualität zu opfern in dieser Stellung. Nach Turm G3 hat er schon antizipiert, Läufer G4, dass er hier diesen Läufer nicht am Leben lassen kann. Er nimmt also weg, Turmschlicht G4, H-Schlicht G4. Jetzt, bevor er sich diesen Bauern schnappen kann, muss er zunächst den schwarzfähigen Läufer noch ausblocken. Das tut er auch mit F5. Durchaus ein instruktiver Zug, häufig in solchen Situationen, sei es Quale weniger oder nicht. Es ist sehr wichtig, erstmal diesen Läufer nicht am Spiel teilhaben zu lassen. Aber nach Turmschlicht F5, Springer G3, Turm F8 zurück. Ist das Interessante, dass er diese Stellung, hat er auf jeden Fall auf der Pressekonferenz gesagt, sich dafür auch kritisiert, während der Partie für sich als gut eingeschätzt hat. Ja, da sieht man vielleicht die Tendenzen der letzten Monate oder vielleicht auch Jahre für Magnus Carlsen, dass er sich anfängt vielleicht ein bisschen zu überschätzen. Was meinst du, dass er zumindest doch sehr selbstbewusst ist? Qualität ist eine Qualität. Er hat natürlich positionelle Kompensation hier in dieser Stellung, aber dass man besser steht. Gut, aber was weiß ich schon. Ich weiß natürlich auch nicht. Also es gibt durchaus Gründe für die Annahme. Ich weiß nicht, ob besser, aber Carlsen's Hauptstärke war eigentlich immer sein Stellungsurteil, dass er jede Stellung sehr, sehr gut einschätzen kann, egal ob ihm bekannt oder nicht. Sehr gut einschätzen oder sehr gut für sich einschätzen? Das ist halt die Frage. Also auch das hat manchmal was für sich, die eigene Stellung zu überschätzen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es seine Stärke ist, dass er dadurch eben gute Entscheidungen trifft. Und vielleicht ist was dran an dem, was du sagst, dass er so selten verloren hat und so von Erfolg verwöhnt war, dass die Option, eine Partie zu verlieren, gar nicht mehr so in seinem Kopf vorhanden ist. Oder auch, dass er hier mit aller Macht eben den Sieg erzwingen wollte gegen Radjabov. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass nicht nur die Geschehnisse auf dem Brett, sondern, aber gut, das ist jetzt natürlich Spekulation und ein bisschen weit gegriffen, sondern auch der ganze Hype um seine Person. Er ist ja inzwischen zum absoluten Superstar avanciert. Ist, glaube ich, in der Liste der 100 einflussreichsten Personen jetzt aufgetaucht oder letztes Jahr schon. Wird ständig eingeladen zu irgendwelchen großen Events, in Talkshows, amerikanische Talkshows. Ist schon ein großer Star geworden. Ob ihm das nicht vielleicht doch ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, dass er anfängt, jetzt sich ein bisschen zu überschätzen. Aber das ist natürlich eine Spekulation. Er bleibt natürlich nach wie vor ein sehr, sehr starker Spieler. Der stärkste Spieler, denke ich. Also, man muss ja auch sagen, dass wir überhaupt eine Sendung machen. Oh, Karlsson hat zwei Partien verloren. Sensation zeugt ja von seiner Dominanz. Und er hat Elo 2,8,81. Es ging eigentlich nur noch um die Frage, wann er die 2,9er-Marke erreichen würde. Und nach den beiden Siegen in den ersten drei Runden war er, glaube ich, schon virtuell bei 2,8,89. Das waren wirklich astronomische Höhen. Ja, aber keiner hätte, glaube ich, erwartet, dass es dann auf einmal in die andere Richtung geht. Nee, also in dieser Partie ging es auf jeden Fall in die andere Richtung. Hier nach B5. Die Stellung bleibt durchaus unklar, aber das schwarze Material setzte sich am Ende durch. Man muss auch sagen, natürlich, bei aller Karlsson-Kritik. Seine Gegner haben auch einfach sehr stark gespielt. Sowohl Karuana als auch Rajabov haben einen sehr guten Tag erwischt. Und das ist natürlich auch was, womit man als Champion ein bisschen leben muss. Dass die Gegner besonders motiviert sind, gegen ihn gut auszusehen und ihr Bestes zu geben. Ich glaube nicht, dass wir von einer ernsthaften Karlsson-Krise sprechen können. Ich habe mal eine eigene Theorie, die allerdings vielleicht ein bisschen gewagt ist, weil es hauptsächlich mich selber betrifft. Und daher gehe ich natürlich davon aus, dass es auch Karlsson betrifft. Karlsson ist wie viele sehr starke Schachspieler großer Basketball-NBA-Fan. Leveron Aronian, sehr großer Fan, verfolgt das Geschehen täglich. Karlsson auch sehr großer Fan, wie gesagt. Ich glaube, Nakamura ist auch ein Fan. Ich, wie du weißt, das ist mein einziges Hobby. Und ich bin immer sehr traurig, dass ich in diesen Sendungen nicht mehr drüber reden kann. Wie dem auch sei, die NBA haben ihre Playoffs begonnen. Und sie finden schon zu europäischen Zeiten ein bisschen Spätnacht statt. Ein Uhr morgens gehen die Spiele meistens los. Deshalb sehe ich auch immer so verschlafen aus diese Tage, weil man muss die Spiele natürlich live verfolgen. Und ich glaube, in Aserbaidschan haben die nochmal eine andere Zeit, nochmal zwei, drei Stunden verschoben. Drei Stunden. Das heißt, die Spiele gehen wahrscheinlich vier Uhr morgens los. Und wenn Karlsson diese live verfolgt hat, was ich ihm natürlich nicht unterstellen möchte, aber mir durchaus vorstellen könnte, könnte ihm das schon ein bisschen Energie gekostet haben. Also die Lektion für alle Europäer, die nicht so sehr dem Basketball verbunden sind, sondern vielleicht eher dem Fußball, während der WM auf keinen Fall Turniere spielen. Würdest du das so? Das würde ich unterschreiben. Aber für mich ist halt eher der Basketball. Dazu wurde viel spekuliert über Karlsons Sitzhaltung während der Partie. Ich glaube, wir haben sogar ein Foto, was illustriert, wie er sich am Brett postiert hat. In den Sessel. Oh ja. Welche Partie war das? Ich meine, gegen Nakamura, wo er schon eine sehr, sehr gute Stellung sich herausgearbeitet hat. Ich glaube, auf Twitter kursierten mehrere, sowohl von der Partie gegen Rajabov, als auch von der gegen Nakamura. Ich bin nicht ganz sicher, welches das hier ist. Ich weiß nicht. Ich würde ihm da keinen Strick draus drehen wollen. Oh, wir sind ja wieder auf Sendung. Ich fühlte mich irgendwie genötigt, das nachzuahmen. Ja, die Frage ist, sendet das irgendwie Signale des fehlenden Respekts gegenüber dem Gegner aus, wenn man sich so in seinen Sessel chillt, wie zu Hause auf der Couch? Oder ist das sein gutes Recht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde persönlich, wenn ich gegen Carlsen spielen würde, minimal dadurch mich nicht ernst genommen fühlen. Ich weiß nicht. Also erstens glaube ich, dass die meisten Schachspieler während der Partie keinerlei Empfinden dafür haben, wie sie gerade am Brett sitzen. Und er kann nicht viel dafür, dass die Sekunde oder die Minute, wo er komisch am Brett sitzt, gerade getweetet wird. Ich glaube, ich sitze meistens irgendwie so da. Auch sehr schön, ja. Und noch das, wenn das auf Twitter trenden würde. Ich glaube nicht, dass es Absicht oder böser Wille ist, sondern einfach erst mit Nachdenken beschäftigt. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das passiert unterbewusst, aber das sagt ja trotzdem auch etwas aus über seine Einstellung zu den Partien, zu den Gegnern. Vielleicht möchte ich ihm jetzt natürlich auch nichts unterstellen, aber gut, er ist natürlich die unumstrittene Nummer 1 und er weiß das auch. Alles andere wäre sehr komisch. Ja, vielleicht hat er doch ein bisschen zu viel Erfolg gehabt in letzter Zeit und fühlte sich nicht bedroht genug, um vielleicht auch eine andere Sitzhaltung an dem Tag zu legen. Das mag sein. Aber auch übertriebenes Selbstbewusstsein ist natürlich schwer, jemanden vorzuwerfen, der alles gewonnen hat. Selbstverständlich. Warum sollte er kein Selbstbewusstsein haben? Das sollte er auch. Ich weiß nicht. Ich glaube nach wie vor an, gut an Carlsen sowieso, aber ich würde ihm da keine zu große Krise unterstellen, sondern ich vermute er hat einfach Basketball geguckt zweimal und war müde während der Partie. Vermutlich. Aber Nakamura dann wahrscheinlich auch. Ich glaube, Kajabov und Karuana eher nicht. Ja, wir dürfen auf jeden Fall sehr gespannt sein auf die zweite Hälfte des Turniers und wir werden sicherlich schlauer sein, woran es gelegen haben könnte, ob Magnus Carlsen sich rehabilitieren kann oder ob er jetzt in eine Art Abwärtsspirale vielleicht sogar gerät. Aber das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Du bist größerer Schwarzseer als ich, aber auf jeden Fall haben wir nicht mehr die Konversation, wann erreicht er 2.900, wann erreicht er 3.000. Wir haben gesehen, auch Magnus Carlsen ist aus Fleisch und Blut, kann müde werden, kann sich verschätzen. Und gerade für die Schachwelt in Zukunft, wenn sich Spieler wie Karuana als potenzielle Rivalen etablieren, bleibt es für uns alle spannender, denke ich. Auf jeden Fall. Ja, die Partie hat er verloren. Und das Ende können wir uns, glaube ich, sparen. Rajabov hatte ihn am Ende ziemlich gut im Griff. Trotz fortgeschrittener, bevor du dich bedankst, fortgeschrittener Zeitnote wollte ich noch ganz kurz ausgeführt haben. Also nochmal hier ein großes Lob an Rajabov. Unterbar auch an Karuana, aber auch an Rajabov. Ich glaube, an dieser Stelle hatte er schon sehr, sehr wenig Zeit im Bereich von 1,5 Minuten. Und es gibt ja kein Increment in diesem Turnier. Und er hat immer die besten Züge, die kritischen Züge gefunden und dann seinen Vorteil sehr, sehr sicher in einen vollen Punkt umgemünzt später. Jetzt darfst du dich bedanken. Absolut. Was wir auch nicht vergessen dürften bei aller Karlsson-Kritik. Er hat 50 Prozent in dem Turnier. 2,5 aus 5 ist er einen halben Punkt hinter den Führenden. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Also er kann das Turnier durchaus noch gewinnen. Wir werden sehen. Bei wem wollte ich mich eigentlich bedanken? Bei mir, bei den Zuschauern, bei den Produzenten, bei den Eltern, bei deinen Freunden, bei allen, die immer an dich geglaubt haben. Ja, insbesondere bei dir auch für... Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.